Was geht ab Leute? Sehen Sie es wieder da mit einer weiteren Folge Let's Play Transformers Devastation. So, was haben wir denn alles bekommen? Frostgranatwerfer und Energon Scharfützengewehr und Grimlocks Handschuhe Kryo Schwert Thermal Handschuhe Thermal MG Doppel Kryo Schwert Doppel Stahl Schwert Stahl Handschuhe Kryo Hammer Doppel Thermal Schwert Doppel Energon Schwert Stahl Handschuhe Doppel Kryo Schwert Thermal Schwert Schock Schaftel Kryo Hammer Einfache Blaster Einfache Raketen Doppel Schwert Thermal MG Doppel Kryo Schwert Thermal Schwert Kryo Maschinengewehr Brand Raketen Einfache Raketen Blitz Streuschuss Brand Scharfschützengewehr Puh, einiges! So, das Bimmeln wir auch gleich mal alles weg Na, die sind alle ziemlich beschissen, würde ich sagen Doppel Knoten 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 die sind halt schon alle... Max... Ne, den Tamalhammer kann ich noch... So... mit Doppel-Kryoshred... Ja... So... Ja, ich glaub den Tamalhammer ist jetzt auch fertig, ne? Ah ne, doch noch nicht... So, mit dem Stahlschwert... Nochmal im Stahlschwert... Na, der Kryohammer geht auch noch weiter... Kryo-Schwert... Thermalhandschuhe... Schleimigung erhöht... Machen wir hier... Ja... So, das können wir dann noch mit... Doppelte Malschwert... Ja... So, was haben wir denn noch? Kryo-Hammer... Schleimigung erhöht Synthese... Erhöht durch Synthese gewonnene Erfahrung... Ja, machen wir doch das... Ah, ein dicker für den Kryo-Hammer... Blitz-Hammer... Kryo-Hammer... Ja... Mmmmm... Stahl-Landschuhe... Ja... Bam... Mmmmm... Thermalhammer... Stahl-Landschuhe... Ja... Doppel-Kryo-Schwert... 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 Blickt... Zieht umgegner in der Nähe an... Erhüllt Waffen... Abruf-Häufigkeit... Machen wir das... Ja... So... Nochmal ein Doppel-Kryo-Schwert... Doppel-Energon-Schwert... Doppel-Energon-Schwert... Erhüllt Waffen... Seltene Waffen... Okay... Erhöhte Schaden... Des letzten Treffes... Und dann kommen wir oben... Das machen wir auch... Ja... Ich brauche mehr Schaden... Damage... So... Dann haben wir noch... Ah... Män... Männersau-Schwert... Mäntermalschwert... Ja... Männersau-Schwert... Mit... Männersau-Schwert... Nochmal-Schwert... Yep... Und dann noch... Das Stahl-Schwert... Mit Krimlocks-Handschuhen... Ja... So... Jetzt noch die Fernkampf-Waffen... Oje... Schockgranatwerfer mit einfachen Raketen. Kriegstoß verringert, Energieerholung erhöht. Brankgranatwerfer erhöht. Und zack, Frostgranatwerfer erhöht. Thermal MG erhöht. Frostgranatwerfer hoch. Geht nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Ah, die Brandgranaten kann ich wohl noch erhellen. Zack. Ah, schön wie mächtig die laufen würden. So, aber jetzt habe ich keine Kohle mehr. Ja, dann fangen wir mal wieder an. Ja, zurück ins Spiel. Ich glaube so langsam kommt die letzte Schlacht, deswegen bereiten wir uns mal darauf vor. Ja. Ich bin so verrückt. Er kam hier, um zu zerstören die Erde. Aber nur nachdem, nach einem bestimmten Einzelnen enteutieren. Und etwas, nicht nur auf der Zerstörung, sondern unsere Zerstörung. Und Nova Prime hat ihn in unsere Richtung gebracht. Es ist jetzt draußen. Searching und zerstöring seinen Weg nach Cybertron. Nova Prime? Eine unserer eigenen? Wir haben uns wirklich geholfen? Es scheint so. Teletram 1. Find uns eine Weg nach der Kontrolle. Woher weiß er das jetzt? Dieser Cargolift kann sein, um die Kontrolle zu erreichen. Ich habe nicht genug Zugang, um Ihnen zu erzählen, wie Sie die Plattform operieren. Das sollte es tun. Operation Obliteration. Hm? Dann. 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 Ich glaube. Ich schnapp mal etwas. Ähm. IP Scanner. Credit Scanner. Objekscanner. Im. Dann. Die. Ich glaube. Ah. Okay. Kraftbooster, ah, der Schale. BAM! 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 What? Haaaaaaah! Goodbye, Sharkwave. And Farewell. Yay! Ergebnis Kapitel 6. Wir haben Lautsprecher. Das geht nicht, das geht nicht. Und der hier geht. Ah, der Frostkanade-Werfer. Overdrive erhöht sich um weitere 4% pro Angriff. Feuerrate erhöht sich um weitere 4% pro Angriff. Ach verdammt, ich hab keine Credits mehr. Ja gut, dann beende ich an dieser Stelle mal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Standard Station. Bis dahin, bis ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.